hallo leute willkommen und wir sind ganz am schluss glaube ich also es dauert nicht mehr lange leider leider und ich weiß jetzt nicht wie es weitergeht ich habe auch ehrlich gesagt nicht geschaut nachgeschaut wie geht es jetzt weiter eigentlich müsste aha und jetzt vielleicht wie geht es weiter mann ja das ist die frage oh ja ah aha und oh oh habe ich das gemacht? nein Junge 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 jetzt kommt auf einmal etwas was mich brutal erschrickt ich weiß schon ich weiß es schon Junge mach mir nicht Angst diese Stimmen muss ich hier drauf sitzen? nein oh mein Gott was kommt jetzt noch? oh also die Grafik sieht wirklich gut aus aha mein Kind mein Stolz mein Altersvorsorge spinnst du auch jetzt oder was? hm was hat deine Mutter dir angetan? oh eine Ratte Ratte du jetzt übertreibst du du wirst ja immer größer Junge Junge als ich dich das letzte Mal gesehen habe warst du so groß 1 cm und jetzt 50 kg du ernährst dich ja gut ja er schaut auf seine Gesundheit das ist einfach so mein Kind ist tot meine Frau ist hässlich die Familie hat Zukunft die Familie hat Zukunft so hallo ja ja ich fühle mich ganz ganz äh wie sag man zufrieden ich bin sehr zufrieden ich fühle mich sehr äh wohl kann ich sagen oha hab ich das nicht gesehen oha hab ich das nicht gesehen? Junge 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 ich hab doch alles angeschaut mein Kind wo bist du? rede mit Baba mit Papa mit Babu 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 ist da Babu ist da Babu ist da ehrlich gesagt also jetzt echt? wie geht es weiter? aha okay ich muss spielen ja mach ich gerne sag's doch aha das Spiel rastet aus oder? versucht alles eieieiei was ist das? bin ich doch spielsüchtig oder was? was ist das denn? ah putzsüchtig okay Bürste ja kann ich gut gebrauchen meine Haare mein Gott wie Pferdehaare was ist das für ein Lied äh nichts ist normal nichts nichts ist normal in diesem Spiel hab ich da was? nein mhm interessant gehen wir mal zurück ah kann ich weiterspielen oder was? vielleicht so nein so meine ich kann das sein? nein ok ich spiel mal so oh man ich weiß es nicht ehrlich gesagt ich weiß es echt nicht also wie es weitergeht und das ist kacke das ist gar nicht gut ich hasse es wenn ich nicht weiß wie es weitergeht ok muss ich warten bis das Lied zu Ende ist oder was? ok also kann ich dann hier was drücken? kann ich denn hier was drücken? kann ich nicht kann ich nicht nein nein gibt nichts 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 nix 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 Mir gefällt es. Ich bin überfragt. Ich weiß es nicht. Kann ich hier spielen? Ja, das Spiel gibt alles, dass wir nicht weiterkommen. Zum Glück habe ich immer eine Erlösung. Also, nochmal. Schauen wir alles nochmal an. Oh Mann. Es ist doch zu dunkel hier. Dass ich was erkennen könnte, wenn was hier wäre. Okay, da ist nichts. Aha. Wird das heller? Nein. Warte mal. Hier vielleicht etwas. Nein, auch nicht. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich habe keine Ahnung. Heilige Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nie, wieso es vorhin gekommen ist. Aha, warte. Nein. Okay, okay. Okay. Don't panic. Also, falls ich das jetzt in zwei Minuten nicht finde, muss ich das irgendwie alleine finden und dann auch nehmen, weil ich weiß nicht, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Ich habe alles angeschaut. Ich habe alles angeschaut. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Aha. Ich habe alles angeschaut. Ich habe alles angeschaut. Komisch, ey. Es ist auch ein bisschen dunkel, natürlich. Und dann wird es noch schwieriger. Das Geile ist eigentlich, es gibt immer so, es macht immer so Handzeichen, wenn man was bewegen kann oder so. Aber jetzt, ich habe alles so anvisiert. Okay. Mann, das stresst mich jetzt gerade. Oh mein Gott. Das ist so... Sorry, aber das ist jetzt... Das ist ein behinderter Rätsel gewesen jetzt. Ich werde jetzt dafür den... Ich werde die Aufnahme jetzt länger machen. Ja. So ein kleines Stück musste ich finden, ey. Boah. Naja, zum Glück habe ich es gefunden. Aha. Es geht weiter. Geht es weiter? Sagt los. Okay. Ein neuer Gang, ne? Wie es aussieht, muss ich das andere Stück jetzt finden. Oh mein Gott. Aha. Also das ganze Spiel ist ohne Rätsel gewesen. Also fast ohne. Und jetzt rastet es aus. Also nicht hier. Mal schauen hier, was da ist. Ja, jetzt ist es wichtig. Jetzt ist es wichtig. Jetzt ist es wichtig. Definitiv, dass wir alles schauen. Definitiv. Kann ich hier reinschauen? Nein. Okay. Ich glaube, ich muss nach oben gehen. Kein Problem. Wir müssen nach oben zu gehen. Oh nein. Sehe ich was? Was leuchtet oder so? Nein. Okay. Also wie gesagt, ich werde jetzt die Aufnahme länger machen. und ja, weil wir so lange gesucht haben. Aha. Aha. Gefunden. Juhu. So. Very nice. Ich komme weiter. Ja. Oder? Kommen wir weiter? Hm. Okay, wie es aussieht. Gibt es noch etwas? Aha. Gut. Danke. Hammer. Okay. Was passiert jetzt? Zu Ende. Also ich meine, das Spiel. Ich habe keine Lust, diese kleinen Dinger zu suchen. Aha. Was ist das denn? Oh. Was ist das denn? Oh. 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 Und jetzt brennt es? Nein. Natürlich nicht. Es ist schon ein bisschen dunkel, ne? Also... Ich hoffe, es ist für euch auch nicht zu dunkel. Okay. Aha. Da waren wir noch nicht. Nein. Was kommt jetzt? Ich brauche noch mehr von diesen kleinen Dinger. Deswegen gut suchen. Gut suchen. Ja. Das ist natürlich... ...nicht sehr schön, diese kleinen Dinger zu suchen. Habe ich das Gefühl? Wir sind richtig. Aha. Na super. Super. Keine Ahnung. Scheiße. Scheiße. Wo steht denn das? Ja. Das müsste doch irgendwo stehen. Ja. Wo steht das? Aha. Ah. Oh mein Gott. Mit wem spielst du überhaupt? Ach, komm. Ich dachte, du sagst mir die Lösung oder so. Mit wem spielst du überhaupt? Okay. Okay. Nein. 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 Okay. 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 Wir schaffen das. Irgendwo steht es ja. wenn nicht dann keine ahnung ja noch eine minute und dann ist die aufnahme zu ende freunde ich hoffe dass ich das jetzt noch finde bevor ich die aufnahme beende und sonst werde ich das werde ich das alleine finden damit wir nicht so viel zeit verlieren und ja und dann machen wir weiter da war ich ja da ist es okay steht da wie viele kommt da komme ich noch sind ja mega viele ich glaube das muss ich das nein nichts ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich glaube aber man muss das einzeln der einzel einzel muss ich das immer eingeben kann das sein ich bin mir nicht sicher ich schaue es mir mal an wieder mal was gefunden was wichtig ist das aussieht also was steht da überhaupt ich kann es nicht lesen ich muss jetzt die aufnahme beenden das mache ich gleich ja von hier geht es weiter wie es aussieht kann ich das auch noch kurz anschauen haben wir noch zeit wo bin ich jetzt aha jetzt geht es weiter okay okay wer spielt da das erfahren wir im nächsten teil danke dass ihr zugeschaut habt es war ein bisschen schlimm dieser part wegen wegen den rätsel und so naja ich habe versucht das beste zu machen bis dann freunde mir geht es ja ja nur ich und die das two die das ce du